Ja, aber wie bildet man einen guten Charakter? In einem Satz würde ich sagen, das zu tun, was man versprochen hat. Das zu tun, was man versprochen hat. Genau, weil dafür zahlen die reichsten Menschen der Welt sehr viel Geld. Jeder Mensch kann etwas besser überdurchschnittlich. Und jeder Mensch weiß etwas, was du nicht weißt. Wenn man das realisiert, dann kannst du eigentlich die beste Version von dir selber werden, indem du einfach diese Charakterzüge, die dir gefallen, kopierst. Dadurch wirst du nicht zu einer Kopie, sondern du wirst zu deinem eigenen Original. Herzlich willkommen zu unserem Expertengespräch. Wenn ich unseren heutigen Partner, unseren Experten hier, unseren Interviewgast vorstellen müsste, würde ich sagen, ja, ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Sein erstes Unternehmen für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Sein zweites Unternehmen gehört oder es zählt zu den erfolgreichsten Online-Geschäften für Gebrauchswagenhandel in den Emiraten. Mehrere Millionen Follower auf YouTube, in den sozialen Medien nicht mehr wegzudenken. Sein, herzlich willkommen. Danke. Sein, was sagst du denn den Menschen, die jetzt sagen, Mensch, ich muss auf den perfekten Moment warten. Ich muss irgendwo noch eine Finanzierung geklärt haben. Ich muss noch auf den perfekten Moment. Es muss alles passen und deswegen starten sie nicht. Ich meine, du hast eine Idee, Mut, ich glaube, gehört ja auch ganz, ganz viel Ehrgeiz dazu, einfach anzufangen, obwohl die Bedingungen, die Rahmenbedingungen ja nicht perfekt sind. Ja, der perfekte Moment, der ist gar nicht so weit weg, der ist ja direkt jetzt schon, deswegen muss man gar nicht so lange warten. Aber es gibt natürlich bestimmte Sachen, die man machen muss, bevor man in dieses Abenteuer hineinsteigt. Und das ist, was ich immer sage, so diese 90 Tage, die man sich vorbereiten sollte, für die Geschäftsidee, die man dann hat. Also nicht, man muss nicht wirklich direkt hineinsteigen und anfangen, schon das Unternehmen anzumelden und Leute einzustellen. Man muss schon einen Plan haben. Und ich erkläre das auch in meinem Buch, dass da ungefähr sechs Fragen sind, die man sich stellen sollte bezüglich der Geschäftsidee am Anfang, aber gleichzeitig dann auch numerisch sich das anschauen sollte. Wie groß ist der Markt? Lohnt sich das überhaupt? Was muss ich eigentlich erreichen, um das lukrativ zu machen? Viele Leute, das sehe ich aus meiner Erfahrung, weil ich habe an der Universität unterrichtet und damit habe ich die Studenten immer gefragt, wer von euch hatte denn eine Geschäftsidee? Jeder hat eine Geschäftsidee. Und wer hat daraus dann ein Unternehmen gegründet? Und dann fast keiner. Und dann sage ich, warum denn nicht? Es ist, weil mich keiner finanzieren möchte, weil keiner an mich glaubt. Und dann drehe ich die Frage meistens und sage, was hast du denn dafür gemacht, dass jemand da hinein investieren sollte? Und dann sieht man eigentlich, dass man so eine Brücke überqueren muss, von Idee zur Realisierung. Und das ist wirklich ein Handwerk. Das ist jetzt nicht nur Mindset. Mindset ist, glaube ich, schon ein Schritt davor, dass man sich entscheidet, Unternehmer zu werden. Aber danach geht es eigentlich mit einem Handwerk los. Und da sind die meisten Leute dann ein bisschen faul. Da muss man wirklich, ich sage immer so 90 Tage daran arbeiten und dann in den Marken. Dann ist man vorbereitet. Und das Beste, was man haben kann, ist Daten und eine Story. Wenn wir mal jetzt 13 Jahre in die Vergangenheit zurückgehen. Du bist ja wirklich, wie du sagst, im Restaurant gestartet. War das dann das Handwerk, das Durchhusteln, dass du da jetzt immer am Anfang so viel Einsatz und Leistung reinbringst? So 110 Prozent für einen Traum? Ja, also da ist schon viel gemischt. Also erstens ist dann natürlich das Mindset, das man haben muss, dass man da, ich habe da ja fast sechs bis neun Monate gesessen, um dann das im Endeffekt dann auch launchen zu können, unser Unternehmen. Aber das Handwerk selber habe ich mir vorher beigebracht. Also bei mir war es an der Uni. Das kann man sich aber auch, egal wo, mittlerweile im Internet sich selber beibringen. Also wie schaut man dann ein Unternehmen von der Zahlenperspektive an? Also was muss man erreichen? Welche Zahlen definieren Erfolg? Also ist es jetzt gut, 100 Autos zu verkaufen oder ist es schlecht? Das weiß man ja jetzt nicht. Also vielleicht braucht man 200 Autos im Monat, um erfolgreich zu sein. Und wenn man das dann irgendwann weiß und dann guckt, wie groß ist der Markt? Kann man das dann überhaupt erreichen? Hat das jemand überhaupt schon mal erreicht? Und mit so vielen Daten, die man generiert hat, kann man dann eine sehr schöne Story bauen. Und als Unternehmer muss man sehr gut Geschichten erzählen können. Nicht nur an die Kunden, nicht nur an die Mitarbeiter, sondern auch an die Investoren, wenn man dann ein Investment braucht. Und diese Geschichten, die darf man sich nicht einfach ausdenken. Dafür braucht man Beweise, was man dort erzählt. Und diese Beweise sind dann die Daten, die man gesammelt hat. Und so sieht man schon langsam, dass dieses Mindset-Thema eigentlich in ein Handwerk übergreifen muss und eigentlich Zahlen sind. Waren deine Ziele von Anfang an, also diese Geschichte, die du aufgebaut hast, wo du das konzeptioniert hast, war das von Anfang an auch wirklich so ein riesen Big Picture, so ein Big Harry Goal, wo du gesagt hast, wenn wir da ankommen, das wäre es? Oder ist das wirklich entstanden so im Tun, dass du gesagt hast, okay, wenn wir das geschafft haben, dann trauen wir uns jetzt auch mal 10x zu, also zehnmal mehr? Ja, kommt immer darauf an, welches Unternehmen. Jetzt mein allererstes, da war ich 24. Also bin ich gerade aus der Uni und ich war noch nicht so erfahren. Da hat man natürlich auch ein bisschen hoch angesetzt, wenn man sich die Business-Pläne anschaut. Die Vision war klar. Ich kam hierher und habe gesagt, es gibt hier vielleicht nur eine Handvoll Unternehmen im Internet, die wirklich was Gutes anbieten, aber es gibt so viele Zuschauer im Internet. Das waren damals Zuschauer, weil man muss sich vorstellen, 2009 war sehr viel noch Nachrichten konsumieren und Social Media, aber Transaktionen online, gerade auch mit Kreditkarten online bezahlen, das war noch sehr, sehr neu. Da hat auch die Infrastruktur noch gefehlt. Aber ich wusste, dass wenn man ein gutes Produkt anbietet und eine riesen Audienz hat, dass das irgendwann dann zu einem großen Unternehmen führen sollte. Und die Vision war natürlich, jeden dann irgendwann mit Modeartikeln auszustatten. Das war ja ein Modeunternehmen hauptsächlich. Wir haben es Lifestyle-Produkte genannt, das waren noch Accessoires und später dann noch Electronics. Aber im Endeffekt dachte ich, wenn das offline funktioniert, dann sollte das online noch viel besser funktionieren. Und so haben wir dann auch die Zahlen gesetzt. Man nennt das Total Addressable Market oder TAM nennen das viele. Also wie groß ist der adressierbare totale Markt? Und dann setzt man Zahlen an. Und dann kann man sagen, ich möchte ein Prozent des Marktes haben oder zehn Prozent des Marktes. Wenn man sehr motiviert ist, dann setzt man vielleicht zehn Prozent an. Aber ich sehe auch manchmal Unternehmer, die dann irgendwie 80 oder 90 Prozent ansetzen. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Ambitioniert. Ja, ich habe vielleicht dann auch, ich habe glaube ich zehn, 15 Prozent angesetzt damals. Ich habe mich ein bisschen informiert. Aber man sollte dort hoch ansetzen, aber auch realistisch bleiben. Und das kommt mit der Erfahrung später. Aber das Gute ist, wenn man überhaupt schon darüber nachdenkt, über diese Mechanismen, dann kann man über diese Annahmen debattieren. Hoch ansetzen, aber trotzdem ein bisschen realistisch bleiben. Macht es denn Spaß, wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, das ist noch realistisch? Also ich denke immer, wenn ich jetzt mir ein Ziel, im Beispiel Ende letzten Jahres habe ich mir so meine Jahresziele für dieses Jahr aufgeschrieben. Sondern dann habe ich mir das alles ordentlich aufgeschrieben, die Abfolge von Schritten. Und dann war es für mich machbar. Dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Stück weit realistisch. Obwohl mich das extrem gefordert hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es jetzt wieder realistisch wird, dann muss es größer, damit ich andere Chancen und neue Möglichkeiten greife. Also wie siehst du das? Sollte man jetzt sich wirklich noch höhere Ziele setzen, oder sollen die doch wirklich realistisch einfach machbar ist? Ja, es gibt immer zwei. Also einmal dieses ultimative Ziel nach fünf bis zehn Jahren. Und dann auch das, was direkt jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren passieren wird. Und ich sage immer, das Ziel später, da hat man viel mehr Sachen schon im Unternehmen, die quasi in die richtige Richtung laufen. Man hat schon das Team, man hat die Technologie. Dann kann man auch exponentielles Wachstum einbauen. Am Anfang wird es schwierig sein, dass man dort dann zu hoch ansetzt. Weil das kann auch sehr schnell demotivierend wirken. Und wichtig ist es auch, dass man Momentum zeigt. Das heißt, wenn man etwas den Zuschauern, in diesem Fall ist das der Investor, oder auch den Mitarbeitern erzählt und einen Monat später sieht man schon, dass man total daneben liegt, dann ist das demotivierend und dann verliert man auch Glaubwürdigkeit. Man sollte dort eher konservativ ansetzen. Darum sieht man auch immer diese Hockeysticks. Das heißt also diese Graphen, die relativ langsam wachsen am Anfang und dann sehr schnell exponentiell in die Höhe schießen. Das liegt einfach daran, dass man am Anfang eben eher konservativ ansetzen sollte und dann mit einer größeren Vision am Ende. Was auch passiert bei Startups, also bei erfolgreichen Startups, sieht man diesen Hockeystick, weil sie erstmal sehr viel vorbereiten, das noch nicht direkt in Umsatz oder in Profite sich zeigt. Aber dann mit der Technologie, mit dem Einsetzen des Netzwerkeffektes, meistens im Internet, sollte man Firmen bauen, die Netzwerkeffekte haben, dann sieht man auf einmal das Wachstum nach drei bis fünf Jahren, das exponentiell ist. Die ersten Kunden, die gekauft haben, du hast gesagt neun Monate Vorbereitungszeit im Restaurant. Vermutlich hast du schon eine gute Freundschaft mit dem Restaurantbesitzer aufgebaut, wenn man jeden Tag da sitzt, oder? Ja, mit dem Besitzer nicht, mit den Kellnern. Okay. Die haben gesagt, grüß dich. Ja, ja, das war schon normal. Und nach neun Monaten? Aber gut, der Kunde war ich immer noch nicht. Immer noch nicht? Ich hab ja nur einen Salat und Cola oder Wasser gekauft. Ich hab ja jetzt nicht viel gekauft. Und da hast du auch den Launch vorbereitet. So, die Seite ist irgendwann ja online gegangen. Wie ist das dann an den Start gegangen, also diese Entwicklung? Wie kamen die ersten zahlungswilligen Kunden, die gesagt haben, darauf haben wir vielleicht gewartet? Weil du gesagt hast, du hast ja schon eine Potenzialanalyse gemacht vorher. Das ist natürlich eine lange Geschichte. Aber ich saß jetzt nicht jeden Tag zum Ende dieser sechs bis neun Monate. Da saß ich nicht jeden Tag im Restaurant. Ich war schon unterwegs viel. Hab dann auch versucht, irgendwann ein Office zu bekommen. Hab's natürlich nicht bekommen, weil erstens hatte ich kein Visum, weil man da für eine Firma gründen muss. Und für die Firmengründung hatte ich kein Geld. Das heißt also, ich musste halt in Hotels als Touri bleiben. Oder später hab ich dann über einen anderen Namen mir dann ein Apartment gemietet. Aber hatte keinen Strom und Wasser. Musste dann halt beim Swimmingpool oben. Weil hier in Dubai gibst du in jedem Gebäude so einen Swimmingpool. Das ist jetzt nicht so luxuriös. Und da musste ich dann duschen. Aber das war, wenn man sich jetzt diese Infrastruktur anschaut, die war noch nicht so unternehmerfreundlich wie jetzt. Und um zum Thema Office zu kommen, ich habe mich einfach bei einer anderen Firma eingenistet. Das war dann ein Portfolio-Unternehmen eines potenziellen Investors, wo ich gesagt habe, kann ich da wenigstens sitzen. Und das war dann zum Ende so. Da hatte ich auch schon einige Teammitglieder, die ich ja schon vor dem Launch natürlich, aber auch vor der Finanzierungsrunde schon hierher ziehen konnte. Die sind auch aus Silicon Valley eingeflogen. Also es war schon ein sehr erfolgreiches Team, würde ich sagen. Erfolgreich in dem Sinne, dass wir wussten, was wir machen. Aber im Nachhinein von der moralischen Seite war das ein sehr suboptimales Team, was ich dann später herausgefunden habe, weil die haben mich alle bedroht. Oh. Ja, genau. Die haben dann ein paar Monate später ihr eigenes Unternehmen gegründet. Ein Wettbewerber. Hat dann später nicht funktioniert, aber das war für mich. Damals war ich dann schon 25. Zum Launch-Tag, genau zum Launch-Tag wurde ich 25. Dann, ja, dann saß ich alleine dort. Aber, um zurück zum Thema zu kommen. Es war am Anfang schwierig, weil man sehr viel improvisieren musste. Ja, man hat noch kein Visum. Das heißt, alles andere passiert einfach noch nicht auf, ja, legalerweise. Man muss irgendwie Umwege finden und man muss mit der Regierung arbeiten. Später haben wir sogar versucht, mit der Regierung neue Regulierungen zu definieren. Aber ich glaube, das ist genau das, was diesen Unterschied macht. Viele Leute hätten vielleicht am Anfang aufgegeben und gesagt, ja, das geht ja nicht. Ich darf das jetzt nicht machen oder ich kann jetzt nicht. Ohne Geld kann ich keine Leute einstellen. Und da ist dann so ein Spagat. Nur hat man dann auch sehr viel Stress. Aber das lohnt sich dann im Nachhinein. Also würdest du sagen, genau diese Durchstrecken auszustehen, ist das vielleicht sogar das mit, ja, das Handwerk, die Vorbereitung, aber dann auch wirklich die Willenskraft zu haben, einfach ins Tun zu kommen? Es ist ja doch schon eine Art Resilienzbildung, ne? Also ich sage immer, niemanden interessiert das, was du fast gemacht hast. Das ist ein guter Satz. Ne, das heißt also, wenn du irgendwann 80 bist und zurückschaust und erzählst deinen Enkeln, ja, das habe ich fast gemacht. Ich sage, dein Enkel auch. Interessiert mich nicht. Hast du nicht gemacht? Ne, also man muss es, 99% ist 0% für mich. Man kann immer sagen, ja, ich habe fast geschafft, aber hast nicht geschafft. Interessiert keinen. Und die ersten Kunden, die kamen, das ist online gegangen. Habt ihr darauf Werbung geschaltet? Ja, das ist, das habe ich auch ausführlich im Buch erklärt. Und zwar haben wir sehr viel vorher, sehr viel Hype generiert. Und wir hatten dann auch durch einen technischen Fehler Hype generiert. Ich erzähle euch das mal. Also wir haben, wir haben vor dem Launch erzählt, dass dieses Unternehmen, das Mode-Unternehmen online, nur exklusiv für bestimmte Mitglieder ist. Und man muss sich dafür bewerben. Ja, das war dann so eine Warteliste. Wir haben das dann aber so in der Presse dargestellt. Wir haben ja gesagt, du kriegst bis zu 90% Discount auf Markenartikel. Aber du musst dich bewerben. Und die Bewerbung war einfach so, sich anmelden. Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Das war's. So, und wir hatten das dann so eingebaut, dass man nach 24 Stunden automatisch dann angenommen wird. Ja? Nur mein Techniker oder der ITler, der hat da irgendwas eingebaut aus Versehen, dass eben viele nicht angenommen wurden. Die haben einfach diese E-Mail nicht bekommen oder die wurde nicht verschickt. Und die dachten halt, die wurden abgelehnt. Die sind nicht im Club drin, Mist. Genau. Aber man konnte dann als Mitglied die, die es dann reingeschafft haben, andere Leute einladen. Ja? Und die Leute, die dann abgelehnt wurden, haben dann einmal rumgefragt. Haben gesagt, hey, habt ihr eine Einladung? Habt ihr das geschafft, da reinzukommen? Wirklich so ein Mythos. Genau. Und dann haben direkt im ersten Monat, glaube ich, 13.000 Leute ihre Freunde eingeladen. Ja? Wir hatten dann im ersten Monat über eine Million Pageviews und innerhalb von acht Wochen 100.000 Anmeldungen. Wir reden hier von vor zwölf Jahren. 2010 dann gelauncht. Das ist eine Riesenzahl. Auch wenn ich sage, dass ich dann 1,9 Millionen Dollar geraced habe für meine Präsentation hier im Nahen Osten. Erstens, so viel Geld für eine Seed-Runde. Erstens war das viel. Und zweitens, hier im Nahen Osten überhaupt Geld zu bekommen. Und das war ein Unternehmen, einer der besten Investoren der Welt. Ich glaube mittlerweile heute sogar der größte Internetinvestor der Welt. Ein Hedgefonds aus den USA. War bei mir Investor. Und unglaublicherweise. Die haben an die Story geglaubt. Und als wir dann 100.000 Anmeldungen hatten, dann kamen dann natürlich die ersten Bestellungen. Wir haben danach sieben Monate später dann auch eine Million Dollar pro Monat Umsatz gemacht. Wie gesagt, das ist mittlerweile vielleicht nicht mehr viel. Aber vor zwölf Jahren ist das schon extrem, extrem viel gewesen für ein Internetunternehmen. Wir waren dann auch offiziell das erfolgreichste Internetunternehmen im Nahen Osten. Wäre das heute so vergleichbar mit Zalando auf so einer Ebene? Zalando war ja erst mal so wie Zappos damals im Schuhunternehmen. Und dann später dann komplett Mode und mittlerweile sogar mehr. Ähnlich. Ja, wir haben nicht Schuhe gemacht. Wir haben Mode gemacht. Es war vergleichbar mit Brands for Friends damals. Vielleicht kennt das noch jemand. Oder Guild.com aus den USA. Vom Geschäftsmodell her. Wir wurden dann später dann auch erst mal vom eBay-Modell. Wir wurden kurz eBay, dann Amazon oder anders. Wir haben mit einem Unternehmen fusioniert, das das eBay-Modell gefahren hat. Durch die Fusion wurden wir zu einem Amazon-Modell. Weil wir das Retail hatten. Also das heißt, wir hatten diese Lager. Wir hatten Fahrer. Wir hatten Logistik, Picking, Packing. Wir wussten eigentlich, wie man E-Commerce macht. Physisch. Und das Partnerunternehmen damals, das war das eBay-Modell. Mit Auktionen und eher online und Marktplatz, wo man einfach nur Leute verbindet. Und als wir dann fusioniert wurden, wurden wir zu einem Amazon-Modell. Wir haben die Auktionen weggemacht. Wir haben dann auch Lager gehabt. Wir haben eigene Produkte gehabt. Und dadurch war das dann auch interessant für Amazon selber. Damals waren wir dann auch schon knapp 4.000 Mitarbeiter, als dann Amazon kam. Wow. Alles hier auch in Dubai gestartet. In Dubai, ja. Hier gestartet. Wir waren dann aber irgendwann in neuen Ländern. Alle fragen sich vermutlich jetzt, wenn man mit der Idee kommt, die Story, alles passt. Es hat mega Potenzial da. Ich sage immer bei mir auf meinen Veranstaltungen, in der Regel NGM. Nur gute Menschen. Soll ich vielleicht einen Mentor suchen, einen Coach suchen oder das richtige Umfeld. Wie hast du so einen Investor für dich gewinnen können? Oder gut, die Story. Aber wo hast du den kennengelernt? Weil am Ende des Tages kommst du ja auch nach Dubai und sitzt im Restaurant und hast eine geile Story und eine gute Idee. Auch eine lange Geschichte. Auch ausführlich erklärt in meinem Buch. Aber ich versuche das mal kurz zu fassen. Also ich habe ja an der WHU studiert. Das ist eine kleine Hochschule für Unternehmen. Die nennt es Unternehmensführung. Ich würde sagen eher mittlerweile für Internetunternehmer. Das ist ein sehr, sehr starkes Netzwerk. Und dort wurde ich irgendwann mal angeschrieben von einem Business Angel. Mittlerweile ein super Business Angel. Ob ich nicht mal Lust hätte, ein Unternehmen zu gründen. Ich war aber noch während des Studiums. Ich habe gesagt, jetzt nicht. Später, wenn ich fertig bin. Und später kamen dann sechs Monate später. Und er hat dann gesagt, hey, können wir uns mal treffen? Und er hat dann in der Nähe von Zürich gewohnt gehabt. Und ich habe damals in Bremen gewohnt. Nach der Uni bin ich dann wieder zurück nach Bremen gezogen. Kurz. Und dann bin ich elf Stunden mit Zug hin. Habe ihn dann getroffen. Am Nachmittag. Am frühen Abend. Habe mit ihm eine Stunde geredet. Und habe gesagt, lass das doch machen. Lass doch mal was machen. Und das Interessante war, ich habe ihm auch meinen Lebenslauf ausgedruckt. Und er nimmt sich meinen Lebenslauf und sagt, du hast keinen Lebenslauf. Und schmeißt das wieder weg. Und da ist mir bewusst geworden, dass es niemanden interessiert, was du vorbereitest. Ja. Also unser ganzes Leben bereiten wir uns ja vor. In der Schule bereiten wir uns vor, dann später vielleicht in die Uni zu kommen. In der Uni bereiten wir uns vor, dann später einen Job zu bekommen. In dem Job bereiten wir uns vor, vielleicht irgendwann Abteilungsleiter zu werden. Und vielleicht träumen wir dann auch noch von Unternehmung zu tun. Aber all das, plus die ganzen Zertifikate, die ich gesammelt habe. Von Kursen, die ich, Englischkursen, die ich gemacht habe. Die Ehrenurkunden, die ich von, wie heißen die, Bundessportspiel oder sowas. Bundesjugendspiel. Ja, genau das. Und dass ich auch Hochleistungsfußballer war in der A-Junion-Bundesliga. Alles stand in meinem Lebenslauf. Und das interessiert gar keinen. Ja, also niemand interessiert es, was du vorbereitest. Das ist für dich selber. Sondern was du in dem Moment, wo du leisten musst, auch wirklich ablieferst, das kannst du dann reinschreiben, was du dann wirklich geschafft hast. Und das war noch nicht viel als, wie gesagt, 24-Jähriger. Und darum meint er auch, du hast keinen Lebenslauf. Du hast dich zwar für irgendwas vorbereitet, aber noch hast du nichts. Und das war motivierend für mich, überraschenderweise, weil ich gesagt habe, jetzt muss ich es beweisen. Wie gesagt, ich habe dann gesagt, lass uns anfangen. Bin aufgestanden, bin dann wieder zurück. Und er meinte dann, warte mal, bist du jetzt nur für eine Stunde hergekommen, um zweimal elf Stunden Zug zu fahren? Ja. Und da hat er mir dann später gemerkt, dass ich dieses Feuer hatte in meinen Augen. Er sagt, genau da rein würde ich investieren, weil du wirklich viel dafür machst, um etwas zu erreichen. Dass du gewillt bist. Genau. Und das war, ich glaube, das, was ich auch eigentlich nur vorweisen konnte. Man kann ja jetzt nicht sagen, ich habe schon mehrere Unicorns gegründet und hier, jetzt mache ich es. Das wäre ja, dann brauche ich auch keine Business Angels mehr. Und er war dann einer der signifikanten Schlüssel zu anderen Investoren. Ja. Und dann hatte ich selber noch Research gemacht und haben dann, wie gesagt, eine 1,9 Millionen Dollar Seedrunde gemacht. Haben dann später noch etwas mehr bekommen über die Zeit hinweg. Dann eigentlich über die nächsten paar Jahre waren es dann schon mehrere hundert Millionen. Aber ich glaube, was man als Fresh Grad, also gerade als Student oder als frischer Absolvent auf den Tisch packen kann, ist Feuer in den Augen. Also richtig, dass man einfach sagt, ich ziehe es hier durch. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Ja, und ich nehme auch den Einsatz. Wie du jetzt sagst, elf Stunden hinfahren, elf Stunden zurück. Egal, diese Stunde, die ist es mir wert und wichtig. Ich habe das zusammengefasst in drei Mentalitäten. Die leiten mich heute noch. Das ist die No-Need-Mentality. No-Need. Das heißt, ich werde es auch definitiv noch ausführen. Aber im Grunde genommen bedeutet es eigentlich, dass du sagst, ich brauche nicht unbedingt dich. Ich werde es sowieso machen. Ich werde sowieso an mein Ziel kommen. Ich glaube an mich selber und ich brauche nicht immer. Ich bin nicht so bedürftig. Und dieses Selbstbewusstsein, das man dadurch bekommt, das zeigt auch dieses Feuer in deinen Augen. Ich werde es sowieso machen. Mit oder ohne dich. Und das Zweite ist die No-Limit-Mentalität, die ich dann gelernt habe. Das heißt, was ich auch von ihm eigentlich gelernt habe in diesem Fall, war, dass ich noch sehr klein gedacht habe. Ja, ich habe immer versucht, hier 10 Euro und da 20 Euro zu sparen. Und im Endeffekt wurde mir dann immer gesagt, hey, du gewinnst zwar das Gefecht, aber du verlierst den Krieg. Du musst viel größer denken. Und das hat mir dann hier sehr viel geholfen. Weil ich gesagt habe, man, jetzt kriege ich diese Lizenz hier nicht und das dauert. Man kann immer an diesen kleinen Gefechten arbeiten oder man sieht das große Bild. Und das war für mich wichtig. Und das Dritte, was ich später von dem Hedgefonds-Milliardär gelernt habe, war diese All-In-Mentalität. Wie gesagt, gib einfach alles. Wenn du an etwas glaubst, dann geh wirklich komplett da rein. Und dadurch schafft man dann, was ich sage, die League-Promotion. Das heißt, der Aufstieg von einer niedrigeren Liga in die nächste Höhere. Wie gesagt, das erkläre ich im Buch viel detaillierter. Aber so kurz. Aber ein mega starkem Mindset. Ich finde, ich brauche den nicht. Ich ziehe es eh durch. Mich hat ein Satz geprägt, der ist ähnlich von Jack Welch. Man folgt der Stärke. Man liebt den Schwachen. Ich glaube, ich spiele da ähnlich drauf ein. Ich habe mir nochmal einen Punkt aufgeschrieben. Fokus. Weil je erfolgreicher du wurdest, je mehr Firmen du hattest, je in andere Kreise du gekommen bist, ist es ja umso wichtiger, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also Warren Buffett, Bill Gates sind zusammen an einen Tisch. Der Vater von Bill Gates ist mit dabei und fragt die beiden ein Wort. Nur eine Eigenschaft. Was war dafür zuständig oder notwendig? Was war das Wichtigste für euch, dass ihr heute hier seid? Ihr beide. Beide schreiben ein Wort unabhängig voneinander auf, zeigen es und es steht Fokus drauf. Wie wichtig sind für dich, sodass du Entscheidungen triffst? Weil vermutlich, du bekommst so viele Opportunities oder so viele Möglichkeiten ja wahrscheinlich. Wie schaffst du es da, so einen klaren Laserstrahl, Gedanken zu sagen, okay, das ist unser Ziel, da müssen wir hin. Ein Startup löst ein Problem oder überraschenderweise jedes Unternehmen löst ein Problem in dem Markt, wofür Leute Geld zahlen möchten. Um in irgendeiner Sache Weltklasse zu sein, muss man sich darauf fokussieren. Und es ist extrem schwierig, in irgendeiner Sache wirklich Weltklasse zu sein. Wenn man sich nicht fokussiert, dann wird man in vielen Sachen Durchschnitt, aber nirgends Weltklasse. Und das viel wichtiger ist, dass man ein Problem Weltklasse löst. Und dafür braucht man Fokus und das ist sehr, sehr schwierig. Wenn man jetzt das alles in ein Wort zusammenfassen würde, also wovon, wo rein würdest du investieren zeigen? Dann sage ich immer in Charakter. Weil der Charakter definiert, in deinem Charakter stecken deine Werte und deine Werte definieren dann deine Handlung. Und ich habe das als Gedankenexperiment gemacht in meinem Buch, wo ich gesagt habe, ich bin doch kein Vater, aber wenn ich Vater wäre, was würde ich meinen Kindern mitgeben? Weil ich sage ja, meine Kinder werden reich geboren, was werde ich denen beibringen? Ich werde denen beibringen, wenn man sich jetzt nur diesen Satz anhört, dann würde man sagen, ja, du wirst denen beibringen, wie man Geld verdient. Und ich würde sagen, nein, ich würde denen beibringen, wie man ein guter Mensch wird. Weil das hat nämlich was, was ich vom Unternehmertum gelernt habe. Interessanterweise denke ich immer im Unternehmertum und baue dann analog dann etwas auf für meine Philosophie im Leben. Ich habe gesagt, ich würde denen beibringen, ein guter Mensch zu werden. Warum? Und dann erkläre ich denen das. Wenn ich jetzt einen Sohn oder eine Tochter hätte, dann würde ich sagen, stell dir mal vor, du wirst jetzt einen Lebenspartner suchen. Was würdest du denn auf den, symbolisch gesprochen jetzt, auf den Markt bringen? Was ist denn dein Mehrwert? Wenn du anfängst zu sagen, ja, ich sehe gut aus, also ich verkaufe mein Aussehen, dann würdest du versuchen, ein gut auf den Markt zu bringen, das im Wert verliert. Also nur meine Mutter würde sagen, ich sehe jedes Jahr schöner aus, aber ich glaube, im Endeffekt ist das so, dass dieses Gut, das du auf den Markt bringst, depreciating ist. Also man hat Abschreibungen über die Jahre hinweg. Selbst wenn man nachfällt. Das heißt, und als Unternehmer kauft man sowas nicht, diese Güter, man leiht sich die. Und wenn man sie dann nicht mehr braucht, gibt man sie wieder ab. Aber wenn ich Charakter auf den Markt bringen würde, dann ist das etwas, was im Wert steigt mit meiner Lebenserfahrung, mit dem intellektuellen Reichtum, den man über die Jahre gewinnt. Das als Unternehmer kaufen wir. Und das ist für uns ein Investment. Und darum sage ich immer, wenn du etwas auf den Markt bringst, dann lass es Charakter sein. Weil dann werden die Leute versuchen, dich in ihrem Zirkel zu halten, weil du ein gutes Investment bist. Sonst wirst du nur ausgenutzt. Charakter bilden durch Weiterbildung, Schulung, Lebenserfahrung. Also das ist natürlich jetzt schwer. Ich glaube auch definitiv zu 1000% Charakter wird zum Schicksal. Aber wie bildet man einen guten Charakter? Was würdest du da sagen? Ja, das ist auch... In einem Satz würde ich sagen, das zu tun, was man versprochen hat. Das zu tun, was man versprochen hat. Genau, weil dafür zahlen die reichsten Menschen der Welt sehr viel Geld. Darum immer aufpassen, was man verspricht. Ich bin sehr, sehr vorsichtig mit meinen Versprechen. Ich verspreche fast kaum etwas. Wenn ich etwas verspreche, dann muss ich es auch wirklich kontrollieren können. Ich habe einmal in meinem Leben, also woran ich mich noch erinnern kann, nachdem ich dieses Mindset mir aufgebaut hatte, ein Freund gesagt, hey, du hast einen Wunsch frei. Ich konnte Monate nicht schlafen. Er hat es natürlich nicht gemerkt. Er hatte gesagt, hey, wünsch dir was, du hast einen Wunsch frei. Er hat es nicht so ernst genommen, aber für mich war das so schlimm. Er könnte sich ja alles wünschen. Im Endeffekt hat er sich nichts Großes gewünscht. Aber da habe ich gemerkt, Zeigen, hör auf, Sachen zu versprechen, die du nicht einhalten kannst. Und wenn man dann diese Reputation hat, und es gibt übrigens sechs Eigenschaften, die ich im Buch erkläre von erfolgreichen Unternehmern, und eine davon ist Reputation, dann ist es sehr viel wert. Weil dann ist dein Wort wie eine Währung. Du sagst einfach etwas, und du weißt, er wird es machen. Und er wird alles dafür tun, das einzuhalten. Und das ist gar nicht so einfach, sein Wort zu halten. Weil wenn man sich das mal überlegt, man verspricht vielleicht viel zu viel. Ja, wir sehen uns morgen. Ja, wirklich? Wirst du wirklich morgen da sein, oder sagst du es nur? Ich rufe dich morgen an. Das sind schon die kleinen Sachen. Aber wenn man sich dann irgendwann so einen Ruf aufgebaut hat, und auch im Geschäftsleben, dann ist das wie eine Währung. Und ich sage immer, words are currency. Und wenn man auch zu viel redet, wird man arm. Weil man einfach zu viel Währung ausschüttet. Für mich sind Wörter Währung. Weil man zu viel Preis gibt, oder weil man vielleicht, oder wie meinst du das genau? Also verschiedene Sachen. Also erstens, ich glaube, das habe ich von vielen meiner Geschäftspartnern gelernt, die Älteren. Ich habe viele Milliardäre zum Glück kennengelernt, als ich noch relativ jung war. Und ich habe immer gemerkt, dass die in Vorstandsmeetings immer die waren, die am wenigsten geredet haben und am Ende einfach zusammengefasst sehr Wertvolles gesagt haben. Und diese Zurückhaltung hat sehr viel Autorität symbolisiert, gleichzeitig auch sehr viel Selbstbewusstsein, aber auch das kontrollierte, zusammengefasste, bedachte Reden. Ja, und das ist wichtig, dass man einfach nicht mit den Wörtern so leicht umgeht und sich einfach zu viel Preis gibt, aber gleichzeitig auch zu viel verspricht, aber auch gleichzeitig einfach um den Busch herum redet. Wenn du mal jetzt rückblickend, du hast, wie du gerade gesagt hast, Glück gehabt, viele Milliardäre, auch zu Beginn der Anfangszeit. Ich glaube, am meisten lernen wir immer von anderen Menschen. Vielleicht, wo wir drauf aufschauen oder wo wir einfach sehr respektvoll mit der Zeit umgehen und sagen, wir wissen, dass sie viel beschäftigt sind. Und zudem, was waren noch gute Investitionen, wo du sagst, das sind vielleicht sogar die besten Investitionen, die ich jemals gemacht habe. Ja, vielleicht zum Thema Zeit, zum Thema Charakter, zum Thema auch Geld. Weil Zeit, Charakter, Geld kann man darin investieren, banal zu werden, Coaching und eine Beratung. Aber was war es bei dir, wo du sagst, das hat mich geformt, geprägt? Mein bestes Investment war ein Wissen. Und das ist auch das Profitabelste. Dinge kann man dir wegnehmen. Dinge habe ich freiwillig abgegeben. Vor drei Jahren habe ich mein Hab und Gut verkauft und habe einfach gesagt, ich werde es spenden. Das ist auch nicht so viel wert, weil man es mir wegnehmen kann. Was man mir nicht wegnehmen kann, ist meine Lebenserfahrung, mein Wissen. Und das habe ich gelernt durch die ersten paar Jahre als Unternehmer. Das ist unglaublich wertvoll. Wenn ich investieren würde, würde ich im Wissen investieren. Mittlerweile hat man viel mehr Kanäle dafür. Man kann Bücher kaufen, man kann Kurse sich anschauen. Man kann die besten Universitäten sich online als Kurse kostenlos downloaden, wenn man möchte, wenn es eine Universität sein sollte. Ich glaube, man sollte Idole haben, man sollte Leute haben, Mentoren haben, die um sich herum, wenn man sie nicht hat, dann auch mittlerweile sind sie ja immer um eine Person herum im Internet. Also Social Media. Genau. Damals war das nicht so gängig. Als ich studiert habe, 2004 bis 2008, da gab es kein Facebook zum Beispiel. 2005, glaube ich, wurde Facebook gegründet. 2006 wurde ich Mitglied bei Facebook. Also sehr, sehr wenig Aktivität in Richtung Mindset. Da gab es vielleicht lustige Babyvideos und Katzenvideos. Ja, aber dass man da so strukturiert mittlerweile, wie eine Bibliothek sich alles anschauen kann, konnte, nein. Das ist heute so. Also man hat schon ein Privileg, sehr effizient an Wissen zu kommen heutzutage. Und das würde ich machen. Sehr viel in Wissen investieren. Ich sage mal, wenn du Zeit hast, stundenlang Social Media zu scrollen oder Filme sich anzuschauen für Entertainment, dann hast du auch Zeit, dich auszubilden. Ich meine, das bringt dir die besten Returns. Das beste Investment ist in Wissen. Mhm. Hattest du damals, weil du gesagt hast, okay, 2005, 2006, da war eher Entertainment, alle Social Media. Du weißt jetzt, hast du... Das ist bis heute noch so. Das ist viel Entertainment. Ja, locker. Aber mittlerweile gibt es auch mehr. Ja. Aber das meiste ist immer noch Entertainment. Ich glaube sogar, wir Menschen, wir brauchen gerade in diesen Zeiten, du sagst Idole, Leitfiguren, wo wir irgendwo etwas von uns abschauen können, weil viele haben ja eine Identitätskrise. Wir können von heute auf morgen alles sein, alles tun, alles machen. Und wir haben ja ein Überangebot. Und deswegen wissen wir gar nicht, wo wollen wir selber hin? Was sind wirklich meine Werte? Und deswegen glaube ich, es ist wichtig, dass wir... Ja, am Beispiel, wenn du jetzt dein Buch herausbringst, dass du da wieder eine größere Projektionsfläche Menschen bietest oder auch über deine Social-Media-Kanäle, da bietest du ja viel Projektionsfläche, dass du auch das Idol sein kannst. Und hast du gerade auch, oder du bist es für viele, hast du auch Idole, wo du jetzt noch sagst, Mensch, davon lerne ich viel gerade? Natürlich. Übrigens hat das jeder. Jeder Mensch kann etwas besser überdurchschnittlich. Und jeder Mensch weiß etwas, was du nicht weißt. Wenn man das realisiert, dann kannst du eigentlich die beste Version von dir selber werden, indem du einfach diese Charakterzüge, die dir gefallen, kopierst. Dadurch wirst du nicht zu einer Kopie, sondern du wirst zu deinem eigenen Original. Und das kann jeder machen. Ja, also wenn du jetzt... Schau mal in deine nächsten fünf bis zehn Leute und dir wird irgendwas als Charakterzug einfallen, was diese Person besser kann als jemand anderes. Ja? Und das kannst du kopieren, wenn dir das gefällt. Ja? Ich habe Leute, die können sehr gut präsentieren. Ich habe Leute, die können sich sehr gut etwas merken. Ich habe Leute, die können sehr gut debattieren. Ich habe Leute, die können sehr gut trinken. Das musst du nicht unbedingt kopieren. Aber du wirst immer an etwas erinnert, wenn du an diese Person denkst. Und daran merkst du eigentlich, dass du um dich herum sehr viel Reichtum hast von Charakterzügen, die du einfach nur kopieren solltest. Darum ist es eigentlich auch wichtig, diese Leute um sich herum zu haben. Die besten Leute würde ich dann um mich herum haben und die toxischen, die giftigen Leute entfernen, die einfach zu viel Negatives an sich haben. Und dieses Filtern bringt dich schon sehr weit. Und das hat mir die Uni gebracht. Weil die Uni vom Wissen her ist eine Sache. Ich glaube, was viel wichtiger war, waren die Leute, die mich gepusht haben. Weil ich, als ich aus Bremen dann an die Uni kam, dachte ich, ich wäre gut in Mathe. Aber ich war nicht gut in Mathe verglichen zu den anderen Leuten, die ich um mich herum hatte. Da habe ich gesagt, wow, wurde ich direkt bescheiden. Aber gleichzeitig auch motiviert. Weil ich gesagt habe, nö, das kann ich auch. Und ich war dann später auch sehr gut. Aber ich glaube, wenn ich Leute um mich herum hätte, die alle nur gechillt hätten und nicht so motiviert wären, glaube ich, wäre ich nicht überdurchschnittlich motiviert. Und das sieht man dann auch später an den Leuten, die dann absolviert haben, was sie gemacht haben. Sie haben einfach genau dieses Mindset weiter genutzt und haben große Unternehmen gegründet. Unter anderem auch Zalando. Wie findest du dein perfektes Umfeld? Ich meine, jeder will bestimmt mit dir Kontakt haben. Also die meisten. Aber wie selektierst du etwas? Du achtest ja viel auf den Charakter. Und den Charakter, der macht sich jetzt nicht auf dem Bankkonto beweisbar. Oder der macht sich ja auch nicht mit Titeln. Wie findest du das heraus? Dein Umfeld hat sich ja in den letzten 13 Jahren komplett verändert. Teilweise ja. Meine Familie ist immer noch da. Klar. Ich habe... Es war auch einer meiner schwierigsten, aber auch gleichzeitig wichtigsten Sachen, die ich gemacht habe, war, mich von toxischen, negativen Leuten zu entfernen. Und es gibt einfach solche Leute. Es gibt immer diese Personen, die immer negativ sind. Also du könntest sagen, ich habe Heilmittel für Krebs gefunden. Dann würden sie sagen, ja, aber ich habe keinen Krebs. Ja, es gibt immer diese Leute. Und wenn du dann in diese negative Spiralen hineinkommst, dann wirst du auch so. Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, als ich aufgewacht bin, habe gesagt, wenn du nur noch Leute um dich herum hast, die du bezahlst, hast du ein Problem. Ja. Das heißt, man muss gucken, wer wirklich für dich da ist, ja, für deine Person und nicht für deinen Status. Und das war dann irgendwann so ein Selektionsprozess, ein Filter, den ich eingebaut habe. Mittlerweile bin ich sehr vorsichtig. Ich bin offen für Menschen, wenn sie Beratung brauchen, wenn sie Vorbilder brauchen. Aber auch sehr geschlossen, wenn es darauf ankommt, ja, Negativität in meinen Zirkel zu bringen. Mhm. Und woran man es erkennt? Ich meine, um diese Frage genauer zu beantworten. Erstens, Negativität vermeiden. Zweitens, wirst du selber ja merken in den Charakterzügen, die sehr, sehr wertvoll für dich sind. Leute, die dir gut tun. Im Wissen, aber auch emotional. Also mehr auf den Bauch hören und ich glaube, das ist ja auch ein schleichender Prozess. Du merkst es ja vielleicht gerade am Anfang gar nicht, dass sie toxisch sind. Und irgendwann plapperst du mal vielleicht den gleichen Scheiß nach. Also auf dem Bauchgefühl hören einfach und schauen, mal vielleicht eine Inventur im Telefonbuch machen bei sich. Genau, du kannst ja jetzt in dein Telefonbuch schauen, guck dir die letzten fünf Leute an, die mit dir Kontakt hatten. Und guck mal, sind das Leute, die dich weiterbringen? Sind das die Leute, die du in deinem Zirkel haben solltest, wenn du dein Ziel erreichen möchtest? Oder sind das Leute, die dich eher aufhalten? In deinem neuen Buch geht es ja über Unternehmertum, deinen Weg. Worauf kann man sich dann noch freuen? Wann kommt das raus? Ich habe es gehört, auf Deutsch wird es auch noch übersetzt, aber jetzt erst mal primär auf Englisch. Ja, das ist schon übersetzt auf Deutsch, allerdings machen wir noch die Korrekturphase durch. Ich bin ja kein erfahrener Autor gewesen. Ich habe vor drei Jahren angefangen, mir Ideen aufzuschreiben und langsam mal so eine kleine Struktur reinzubringen. Vor zwei Jahren habe ich dann angefangen zu schreiben und vor einem Jahr war ich fertig. Und dann habe ich gemerkt, was für eine Arbeit das ist, wirklich ein Buch auf den Markt zu bringen, nachdem man alles geschrieben hat. Korrekturen, Formatieren, dann diese ganze Distribution. Also es ist viel Arbeit, das ist jetzt aber fertig. Ja, und es ist auch hochgeladen mittlerweile, ist noch nicht veröffentlicht. Aber ich freue mich schon, es ist nicht mehr lange hin, ich werde es ankündigen. Den Titel darfst du schon verraten oder noch nicht? Das werde ich bald verraten. Du müsstest euch wieder eintragen wie früher. Und dann kriegt man wie mit deinen ersten Pitch. Das Buch ist, wie du schon gesagt hast, es ist keine Biografie. Es ist aber meine Story anhand einer Struktur, die ich aufgebaut habe für angehende Unternehmer, aber auch erfahrene Unternehmer. Wie man ein Unternehmen aufbauen sollte aus meiner Perspektive. Aber das ist in einem Deckmantel von Moralität. Ein Deckmantel von Moralität. Von Moralität. Das heißt also, im Kern ist es Kapitalismus, aber der Deckmantel ist Moralität. Und das sage ich am Anfang und am Ende definiere ich Erfolg. Und Erfolg ist nicht unbedingt der pure kapitalistische Erfolg, sondern der kommt eigentlich durch die Moralität. Und wenn man das kombinieren kann, wie man in Moralität und Kapitalismus gewinnt, ich glaube, dann ist man ein erfolgreicher Mensch. Und das ist die Geschichte. Kurz gefasst, wie man ein Unternehmen gründet, wie man erfolgreich wird, heißt es aber nicht unbedingt, dass man nur im Kapitalismus gewinnt. Also da werde ich mich sehr drüber freuen, über das Buch. Wenn du sagst, das ist der Deckmantel der Moralität. Du hast ja diese drei Werte schon gesagt. Also ich schaffe es selber. Ich nenne es jetzt mal 110 Prozent. Und der dritte Wert war, sky is the limit. Also höher, größer denken. No need, no limit, all in. Das ist aber viel mehr auf die Unternehmensgründung bezogen. In Moralität, da geht es eigentlich um noch viel wichtigere Sachen. Was heißt für dich Moral? Also das Richtige tun, wenn niemand hinschaut. Also für mich ist das sehr wichtig, wenn man das zusammenfassen sollte. Und ich habe auch gemerkt, dass die Gesetze, die zum Erfolg im Kapitalismus führen, nicht unbedingt nicht zu einem guten Menschen machen. Ich sage immer, Kapitalismus braucht Leitplanken. Und diese Leitplanken werden dir von der Moralität gegeben. Woher kriegt man denn gute Moral? Das kann man von erfahrenen, weisen Menschen bekommen. Das kann man bekommen, indem man einfach mal in die Historie der Menschheit schaut. Das kann man aber auch von religiösen und spirituellen Führern bekommen. Man kann zum Beispiel, ich habe den Papst getroffen und habe mich vorher mit seiner Religion beschäftigt. Wofür steht der? Und als ich dann, ich saß in meinem Kukun des Kapitalismus und schaue dann auf Richtung seiner Welt und merke einfach, das, was mir beigebracht wurde, sind ganz andere Sachen, als was ihm beigebracht wurde, beziehungsweise was er, wofür er steht. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Menschen uns auch was bringen können im Leben. Und wenn man das kombiniert mit Kapitalismus, dann ist das Erfolg. Also ein reiches A-Loch zu sein, ist für mich kein erfolgreicher Mensch. Mega. Super spannendes Interview. Dein Buch. Ich weiß nicht, wann kommt das genau raus? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Es ist fertig, aber ich denke, es dauert nicht mehr. Ich glaube, 30 Tage, 40 Tage noch. Also nicht mehr lange. Wie gesagt, es ist fertig. Es ist auch schon hochgeladen. Jetzt bereiten wir so ein bisschen die Vorlaufzeit vor, auch mit diesen Interviews. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr lang. Ich glaube jetzt, wie gesagt, im nächsten Monat. Okay, also ihr werdet es definitiv bei uns auf unserem Kanal mitbekommen. Wir werden das dann auch reposten. Ich bedanke mich vom Herzen für das Wertvollste, was man einem Menschen heute geben kann. Zeit und die Aufmerksamkeit auch für unsere Zuschauer. Es ist ein super wertvolles Interview. Also schaut euch das lieber zwei-, drei-, viermal an. Weil ja, diese Sätze, die du da einfach so aus dem Bauch, da steckt ja der Kern der Wahrheit drin. Also für mich ist das wahnsinnig wertvoll gewesen. Auch hier heute zu sein, bedanke ich mich für. Und wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Gerne auch in den Kommentaren, Fragen dazu. Und ich verabschiede mich, bedanke mich. Vielen lieben Dank dir. Danke auch. Ciao. 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 Ciao.